Woche 1 Lernmethode 2. Teil Der Papagei Loro Vergangenheit mit Perfekt Hallo, es war einmal ein Papagei. Der Papagei hieß Loro und er war schon 120 Jahre alt. Loro hat mit seiner Familie im Amazonas gelebt. Er hatte immer eine Tradition. Darum hat er jede Woche am Samstag Lotto gespielt. Und er hatte immer Pech, weil er immer verloren hat. Doch eines Tages hatte er ein gutes Gefühl und er hat sofort einen neuen Lottoschein gekauft. Seine Glückszahlen waren 7, 18, 24 und 36. Loro hatte einen sehr guten Freund. Sein Name war Toni und er war kein Papagei. Er war ein Krokodil. Und zusammen haben sie immer die Lottoziehung angeschaut. Sie haben Popcorn gegessen und Cocktails getrunken. Und Loro hatte recht. Seine Zahlen haben gewonnen. Und er hat 65 Millionen Dollar im Lotto gewonnen. Darum ist er vor Freude gesprungen und hat vor Freude gelacht. Toni und Loro haben die ganze Nacht gefeiert und waren super glücklich. Loro hatte einen Traum. Er wollte nach Deutschland fliegen und jetzt hatte er endlich das Geld für den Flug. Aber er hatte ein Problem, weil er kein Deutsch gesprochen hat. Also hat er sofort einen Sprachlehrer gesucht. Und er hat den besten Sprachlehrer gefunden. Sein Name war Albert Einstein. Albert Einstein hat Loro keine Grammatik gezeigt. Er hat ihm nur Geschichten auf Deutsch erzählt. Jede Geschichte hat er so lange wiederholt, bis Loro alles ohne Probleme verstanden hat. Am Anfang war es für Loro sehr kompliziert. Aber mit jeder neuen Geschichte ist es schneller gegangen. Und nach 21 Wochen hatte Loro so viel gelernt, dass er alles verstanden hat und mit Leuten sprechen konnte. Er hat schnell seinen Koffer gepackt und ist losgeflogen. Loro hat seinen Traum gelebt. Er war reich und super glücklich in Deutschland.